Hi Kids! Ich hoffe ihr habt fleißig geübt die Fußballtricks, die wir letzte Woche hochgeladen haben. Denn heute kommt ein etwas schwierigerer Trick. Das ist eine Mischung aus Fußballtrick und Koordination jonglieren, wie ihr das vielleicht beim Fußball kennt. Alles was ihr dafür braucht ist den Ball und eure Beine. Wir versuchen jetzt den Ball aus der Hand hochzuwerfen und dann erst mit dem rechten Fuß, mit dem rechten Knie, dann mit dem linken Knie und dem linken Fuß hintereinander wegzuspielen. Das sieht dann so aus. Und wieder auffangen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure technischen Fähigkeiten beim Fußball verbessern könnt, indem ihr den Ball versucht von Boden hoch zu halten. Also ihr versucht einfach mit euren Körperteilen, am besten aber natürlich mit dem Fuß, das heißt der Fußball, den Ball hoch zu halten. Wenn ihr das eine Weile geübt habt, macht euch am Anfang keine Sorgen. Das klappt vielleicht nicht leicht, aber wenn ihr es lange geübt habt, kann das dann so aussehen. Bis zum nächsten Mal.